Stark ins Leben ist eine Workshop-Reihe für Schülerinnen und Schüler im Saarland, die fit macht für Schule, Studium, Beruf und, naja, fürs Leben eben. Wozu das gut sein soll? Hier bekommst du Antworten von dem Fußball-Bundesligaspieler Jonas Hector, Jörg Wesemüller, Theaterregisseur und Referent bei Stark ins Leben und Schülerinnen und Schülern der Gemeinschaftsschule Saarbrücken-Rastbachter. Stark ins Leben bedeutet für mich, gut vorbereitet ins Leben zu gehen, das heißt einmal die Stärken und Schwächen zu kennen, dann an den Schwächen arbeiten, die Stärken ausbauen und ich glaube, wenn man das in der Schulzeit macht, ist man auch auf die Aufgaben nach der Schule, sprich Studium oder Beruf, gut vorbereitet. Für die Reihe Stark ins Leben biete ich euch einen Präsentationsworkshop an. Konkret geht es darum, dass ihr bewusst mit eurer Stimme und eurem Körper umgeht, während ihr präsentiert. Also ich war bei dem Workshop gut gerüstet in die Schule. Ich habe den Workshop mit Herr Kirchner besucht, besser lernen, mehr merken. Ich war auch bei dem Workshop gut gerüstet in die Schule. Besonders fand ich zu wissen, dass es sehr viele hilfreiche Methoden gibt, wie man sich Sachen einfach besser und schneller merken kann. Also ich finde es cool, dass man in den Workshops Sachen für die Schule lernen kann und die kann man später fürs Leben auch ganz gut gebrauchen. Es war ziemlich gut, dass ich mal gesehen habe, wie wenig ich eigentlich lerne, weil wir genau geguckt haben, wie viele Stunden wir lernen in der Woche und wie viel wir eigentlich lernen sollten. Unser Dozent hat uns so eine Mappe zusammengestellt mit all den Lerntechniken, die wir machen können. Und ich fand es halt interessant, die verschiedenen Lerntechniken mal auszuprobieren und zu gucken, welche für mich persönlich besser ist. Workshops sind echt anders als Schule und ich würde auf jeden Fall hingehen, wenn ich nochmal die Chance dazu hätte. Wenn ich aufs Seminarprogramm schaue, dann kommen auch für mich als Fußballprofi ein paar Seminare in Frage, die hilfreich sind. Das ist einmal das Zeitmanagement, dann die Motivation natürlich sich an Sachen ranzuwagen und vor allem das sichere Reden, das ich überwiegend im Bereich mit den Medien auch brauche. Das Training, das ich mit euch mache, biete ich normalerweise in der freien Wirtschaft an. Also das heißt, ich arbeite normalerweise mit Managern, die müssen einen Haufen Geld dafür bezahlen, aber ihr, und das ist der Hammer, bekommt es kostenlos. Am Anfang waren meine Eltern doch eher mehr begeistert als ich. Ich habe es dann zwar verpasst, mich anzumelden, aber es ging dann trotzdem noch. Ich bin auch denen ihrer Meinung, ich hatte keinen Bock, aber so im Nachhinein war das besser, als was ich mir vorgestellt habe. Und dann bin ich hingegangen, habe mir das mal angeguckt und es hat mir dann doch gut gefallen am Ende. Ich habe Arbeitstechniken gelernt, wie man besser lernen kann. Zum Beispiel Vokabeln lernen, wie man die leichter lernt oder sowas. Das sind Techniken, die ihr lernt, die ihr für viele Situationen gebrauchen könnt, wo ihr euch präsentieren müsst. Wie zum Beispiel in Bewerbungssituationen, also wenn es so eine 1 zu 1 Situation ist oder wenn ihr vor einer großen Gruppe ein Thema präsentiert. Früher war ich immer sehr nervös, muss ich sagen. Ich meine, das hat sich heute immer noch, setzt sich das so ein bisschen fort in meinem Studium. Deswegen wäre das, glaube ich, ein Seminar gewesen, das für mich optimal gewesen wäre, weil ich da eben eine gewisse Selbstsicherheit bekommen hätte. Und gerade im Reden vor den anderen Mitschülern und Mitstudenten ist es, glaube ich, eine gute Übung, beziehungsweise man lernt damit umzugehen. Wir sind hingekommen, morgens um 10 Uhr. Es war deswegen ganz locker, weil wir nicht so früh aufstehen mussten. Ja, also es war auf jeden Fall mal gut, aus der Schule rauszukommen. Es war ganz anders, auch es war locker. Also haben viel praktisch gemacht, weniger theoretisch, mehr praktisch. War einiges Essen, gute Pausen. Kann das mit Bergenthal auch noch mal. Weil ich gerne schnell lernen wollte und nicht viel Zeit darauf verwenden wollte. Und dafür war der Workshop halt richtig gut. Besonders gut an den Workshops fand ich, dass man nicht unter Druck stand und es einfach Spaß gemacht hat. Die Workshops machen immer einen riesen Spaß, weil für mich ist es auch immer wichtig, dass all die Skills, die ich euch vermittle, dass die immer mit Freude aufgeladen sind. Also so, dass man großen Spaß hat, weil ich glaube, dass man mit Spaß an der Sache am besten lernt. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, bei so einem Workshop mitzumachen, würde ich euch raten, macht's. Für die Teilnahme an den Workshops wirst du vom Unterricht freigestellt. Die Kosten übernimmt die Stiftung der Sparda Bank Südwest für dich. Alle Infos bekommst du bei deinen Lehrern oder im Internet. Also in dem Alltag wäre es mir auch auf jeden Fall schwer gefallen, bei solchen Seminaren mich anzumelden und mitzumachen. Aber ich glaube, da sind echt hilfreiche Sachen dabei und deswegen macht mit, meldet euch an und schnuppert einfach mal rein. Jetzt bist du am Zug. Mach was draus!